Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Rav. Den muss ich ja noch schnell fliegen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Müll, was wir loswerden müssen. Hier Boris, für dich. Guten Hunger. So, wir haben aber auch wieder Hunger. So, und Durst. Haben wir hier noch einen... Ja, wir haben hier noch einen Gagate rüber. Nice. So. Und hier haben wir doch auch noch ein bisschen was zu essen. Hier, Rüben. Können wir auch noch essen. So. Ja, so. Dann schauen wir mal, wie es hier aussieht, was Planken angeht. Ja, wir haben gleich keine Rüben mehr. Wir haben keine Rüben mehr. Alles ist auch gegessen. Wir müssen zusehen, wie wir mehr Essen kriegen. Oder besseres Essen zumindest. Wir brauchen die Kantine. Dringend. Wir müssen die Schiffskantine hier auf jeden Fall bauen. So, komm. Kriege ich den? Nein. Wieso kriege ich den nicht? Komm, ich brauche dich. So, dann haben wir den jetzt. Und damit weg. Und schauen wir mal, ob wir die Seile hier auch schon voll haben. Haben wir voll. Haben wir auch alles voll, voll, voll. Was soll ich denn damit eigentlich? Wir können eigentlich das alles wegschmeißen. Schmeißen. So. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. Nee, warte. Wir wollten ja ein Plumpensklo bauen. Plumpensklo. Boah, lass mal den jetzt schon bauen. Hier wo. Genau, hier Plumpensklo. So, wo können wir den hinpacken? Hier vielleicht? Hm. Funktioniert nicht so, wie ich das mir erhofft habe. Äh, schade. Aber wenigstens habe ich auch Klopapier da. Okay, den können wir noch nicht bauen. Zumindest nicht da, wo ich denke. Packen wir den erst einmal hier rein. Vielleicht können wir auch noch mal noch eine Kiste in Lagerdruck machen. Wir haben aber nicht genug Holz. So, dann mal schauen, wie es hier aussieht. Und dann jetzt noch mal. Ah, fehlt immer noch eine. So, und weg damit. Obwohl, wir können auch schon mal anfangen, hier sowas wieder zu bauen. Ich würde sagen, wir machen hier eins und dann noch eins und dann noch ein Fenster. Genauso wie da. So. Ich hoffe, den kriegen wir. Ah, da hin kommt eine Insel. Das heißt, wir können gleich schon mal beidrehen. weil wir wieder Holz brauchen. Weil wir wieder Holz brauchen. Wir brauchen sehr viel Holz. beziehungsweise, beziehungsweise, ich kann mal schauen, dass wir vielleicht sogar noch mal eine zweite Axt hier bauen. wofür wir wieder wofür wir wieder kein Holz haben. Das Saal brauchen wir nicht, aber Plastik haben wir jetzt viel verbraucht. Die Rüben packen wir auch schon mal hier hin. Ah, und das Schrott kann ich auch hier erst mal lagern. So, dann drehen wir mal bei. So. Komm, da hin. Da wollen wir hin. Ja, zu weit. So. Aber den werden wir noch kriegen. So, komm. Ja, nice. Da ist wieder Gulliver. Toll. Nope. So kriegen wir den nicht. So, hoffentlich. Ja, sieht so aus. Ja, geil. Na, kriegen wir die hier noch? Ja, nice. So. Das dann weg. Und den Stein auch noch. Und die Seile. So. Metallarxt. Nice. Und das nochmal Vollwaffe. So. So. Können wir gleich schon mal Anker lichten und dann nochmal da drauf gehen. Mal schauen, was wir alles dann noch kriegen. So, ich meine jetzt von den Kisten her. Weil da eh jede Menge Kisten sind. Mindestens zwei auf dem hier. Können wir jetzt schon mal eigentlich Anker lichten. und... Ja, das ist nah genug. Wo ist Boris? Okay, Boris ist nicht da. Komm, hoch. Dann gehen wir hier zuerst hoch. Ananas. Vielleicht ist... Äh... Harrybert oben. Ich mach mal von aus. Ich glaub, Harrybert ist hier irgendwo. Da sieht's nach einer Kiste aus. Ich hoffe, Gulliver hat uns noch nicht entdeckt. Ah. Wahrscheinlich doch keine Kiste hier. Doch, da ist ne Kiste. Nice. So, dann den hier noch weg. Und den da. So, wo wollten wir noch hin? Was war da? Bose Bären. Nice. Wir müssen mal schauen, wie wir die Dinger alle mal hier, äh... quasi züchten können. Oder so. Also anpflanzen, meine ich. Nicht züchten. Okay, bisher hat Gulliver uns noch nicht entdeckt. Also doch viel. Ich hoffe, der entdeckt uns auch immer noch nicht. Das wäre nämlich ein Segen. Wo ist er denn? Da. Er hat uns entdeckt. Der kommt ja jetzt mit dem Stein an. Toll. Äh. Wir ergreifen mal ganz schnell die Flucht. Ja, da ist Gulliver. So, und hier haben wir die nächste. Gut, der bleibt da hinten. Alter, wie voll das hier jetzt mit Müll ist. So ist besser. Sieht viel, viel schöner aus, finde ich. Und hier nochmal. So, das weg und das weg. Gibt es hier noch irgendwas an Bäumen? Hier in dem Bereich. Oder rote Beeren. Immerhin. Da unten gibt es jetzt wieder Bäume. Und hier auch. Komm, wir nehmen aber zuerst den da unten. Na, Chris? Oder warte. Wir ziehen den jetzt hier hin. Jetzt ist die Frage, wo ist denn Harry wert? Weil ich auch wenig Lust habe, von dem überrascht zu werden. So, das kann weg und das kann weg. Ich weiß ja noch in der letzten Folge, da wieder einfach so aus dem Nichts angekrochen kam. Weil er es geschafft hat, irgendwie von oben darunter in einen Sprint und dann mich zu erwischen. Ja, was war das? Gelbe Blume. So, jetzt die da oben. Hier ist kein Harry wert. So, dann kann das wieder weg und das wieder weg. So. Da hinten sind die nächsten Bäume. Wo ist Harry wert? Er macht mir am meisten Sorgen, mehr als Gulliver da oben. Weil Gulliver wissen wir ja, wo er ist. Harry wert aber nicht. Da kommt er schon mit dem Stein. Na? Und daneben. So, die Wassermelungen nehmen wir auch noch mit. Ui. So, jetzt haben wir wieder Zeit, den Müll rauszuschmeißen. Kletterpflanzen, Glibber? Wo haben wir die näher? Ähm. Ja, okay. Dass er mich so erwischt, war ihm ja zu erwarten. So, aber hier sind wir jetzt erst mal sicher. Und dann gibt's hier wieder schön lecker Pilze. und mal schauen, was wir hier sonst noch so kriegen. Da, wieder eine neue... Hallo? So. Neue Kiste. Wir haben nichts weggeschmissen. Oh Gott. Hm. Ja, wir haben aber auch wieder Durst. Und Hunger. Dann geben wir uns ein paar Kokosnüsse. Und mal schauen die nächsten paar Bäume, wo wir die finden. Nein! Kletter war nicht... Gut. Nicht erwischt. Da oben, glaube ich, sind keine. Da ist Heribert. Aber ich glaube, das war's, was Bäume angeht hier. Tschüss. Ich glaube, mehr Bäume kriegen wir hier jetzt nicht. Aber hier nochmal eine Planke. Und hier noch eine. Na, schön, wenn wir doch noch ein paar kriegen. Ein paar Planken zumindest. Ach, nö. Hat Boris uns doch noch erwischt. Äh, da kommt er schon. Und. Boah. das war aber knapp. Und jetzt eben nochmal steuern. Können wir von hier abhauen. noch mal ein paar Mal. wir müssen einmal um die Insel komplett rum. Nee, bitte so. Und nochmal die Sachen einlagern. Ähm, Wassermelon, Mangos werden wir hier essen. Kokosnüsse auch. Ananas können wir einlagern. Pilze können wir einlagern. Und die Himbeeren. Und die Himbeeren. Die können wir dann gleich auch noch mal essen. Also so. Und die Bolzen rein. Den Glibber da rein. Rot hier rein. Das kann hier rein. Wir haben diesmal nicht so viel. Wir müssen einmal um die Insel herum. So ordentlich beilenken. So, dann aber schnabulieren wir mal die Himbeeren. Kaum noch ein bisschen. Ach, nö. Gott. Hier unten erwischt er mich nicht. So, wo ist er denn? Gefällt mir gar nicht, wie das hier gerade läuft mit dem Schiff. Wir müssen an die Insel vorbei. Hallo. Wir kommen hier nicht raus, ne? Wir haben hier jetzt gerade ein kleines Problem. Ja, wir haben ein dickes Problem gerade. Und das kann auch weg. Ich komme hier gerade von der Insel nicht weg. Wirklich hier feststecken. Wenn wir so drehen. Ja, genau. Und dann nochmal so. Und dann nochmal so. Und dann wieder so beidrehen. Und dann wieder so beidrehen. Ja, es scheint zu funktionieren. Und nochmal so. Komm. Und jetzt nochmal so. Ja. Ja. Dankeschön. Wir drehen aber gerade komisch, ne? Wir sind aber auch nicht gerade. Sind wir jetzt wieder ein bisschen so? Danke, Gulliver. Aber jetzt müssten wir wegkommen von hier. So hoffe ich zumindest. Komm ich an den da ran? Den hinteren nicht. Aber zumindest den hier vorne. Dann kann ich jetzt auch mal schauen, wie ich das wegschmeiße und das wegschmeiße. Die lasse ich mal hier. Weil jetzt können wir eventuell nochmal viel was gebrauchen. Und den da holen wir uns auch noch. Wenn ich mal vernünftig werfe. So, Gulliver dürfte uns jetzt nicht mehr hinterher kommen. So hoffe ich zumindest. Oh, nice. Wieder Müll. Was wir nicht brauchen. Aber wenigstens eine Kartoffel. So, stimmt. Wir wollten jetzt die Wände bauen. Eins, zwei. Und da hinten auch noch den zweiten. Und dann wollten wir hier Fenster wieder rein. Und da auch nochmal Fenster. Und dann nochmal. Eins, zwei. Und hier. Eins, zwei. Hier. Hm. Fenster oder kein Fenster? Ja. Hä? So. Lassen wir mal die Fenster sein. Okay. Und so. Hier dann auch. So. Und. So. Okay, zwei kriege ich noch. So. Und. So. Nice. Läuft doch. Jetzt haben wir aber kein Holz mehr. Wieder mal. Jetzt brauchen wir wieder eine neue Insel. Aber dann fehlen mir noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben mal sechs. Wie viel waren das? Äh, 42 glaube ich, oder? Haben wir richtig im Kopf gerechnet? 42 Planken würde ich jetzt brauchen. Innen haben wir noch eine Insel. Aber ist, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. So. Noch mal ein bisschen Mangos essen. Was Obst angeht. Sind wir aber hier gut bespügt, muss ich ehrlich sagen. Obwohl, wir haben ja noch ein bisschen Fleisch. Wir könnten aber auch mal wieder angeln. Wir haben eine Angel seit Jahrtausenden hier. Aber nutzen die nicht. So. Mal schauen, wie viel Holz wir jetzt unten haben. Aber wir werden noch ein bisschen hier was, äh. Holz angeht, was Planken angeht. Noch ein paar Inseln quasi im Besuch abstatten müssen. Das wird jetzt nicht bei ein, zwei Inseln bleiben. Das werden wahrscheinlich schon mehr sein. Weil wir hier noch eine komplette Überdachung machen müssen. Und auf der anderen Seite. Und dann muss hier noch ein großer Bereich sein, quasi für eine Kantine. Für so eine Schiffsküche meine ich jetzt. Entschuldigung. Ich muss eben wieder husten. Obwohl, ich könnte... Ich habe ja jetzt wieder Schrott. Ich könnte eigentlich wieder ein paar Nägel machen. So, wo haben wir Nägel? Hier. Dann haben wir jetzt schon mal 29 Nägel. Das müsste eigentlich dann für hier die Stützpfeiler für den Anfang erst mal genügend sucherfähig. Oder? Hier. Eins. Zwo. Drei. Hm. Ich glaube, hier machen wir eher nur sowas. Na, komm. Drehen. So. Das wäre zu viel. Aber dass wir das dann so machen. Ich gehe von aus, dass das reichen wird. Und damit weg. Mal schauen, wie viel wir jetzt unten haben. Wir haben Fass. Oh, nice. So. Dann hier auch nochmal einen. Und hier auch nochmal einen. Fangen wir schon mal an, hier die Seite auszugestalten. Und dann können wir oben auf der Seite auch schon mal anfangen, hier Boden zu machen und so weiter. Joa. Ui, da haben wir wieder einen Fass. Ich glaube, den kriegen wir so nicht über die Netze. Wow. So, noch ein bisschen was Ess trinken. Ah, wir können wieder zwei machen. So. Und so. Hier müsste dann eigentlich ein halber Rand und dann wieder ein ganzer hier. Und auf der anderen Seite genau dasselbe nochmal. Und dann müsste man damit auch wieder nach oben umziehen. Aber von dem ganzen Zeug würde ich sagen, lassen wir das erstmal hier. Das muss aber auch nach ganz oben hin zu dem äh, zu dem, äh, wie heißt der ja? Quartiermeister? Mart? Wie heißt denn der? Der da steuerruder da hat. Rudermann? Ist das ein richtiges Wort? Ich weiß es nicht. Wundi so genannt. Da haben wir eine Kiste. So. Ich hoffe, auf diese Weise erwischen wir den. noch ein bisschen. Nice. Ah, herrlich. Das heißt, wir können hier und ja, hier passt noch. Hier würde ich vielleicht sogar noch einen halben eher machen. Aber dann können wir hier, ah, hier auch ein halber. Da ist die Antenne im Weg. So. So. Und hier nochmal die halben. So. Können wir den jetzt mal hier ein bisschen anders positionieren? Vielleicht so erstmal. Schauen wir mal unten wieder. Wie sieht's aus? Nice. Das heißt, für hier wird das reichen. Für hier hätte es auch gereicht. Aber okay, egal. Dann ist es halt so. Dann isst es halt so. Wir brauchen noch ein paar Zweiplanken für die Seite und dann fangen wir hier an. Aber das Konzept finde ich auch irgendwie nice so. Während man auf dem Floß fährt, einfach noch das Floß bauen, beziehungsweise das Schiff, während man damit noch unterwegs ist. Finde ich, ist wirklich eine geile Idee. Obwohl die Entwickler sich eigentlich eher gedacht hatten, man baut sich eher ein Floß statt so wie ich hier jetzt ein Schiff. Gehe ich mal von aus. So. Und. Komm. Komplett falsch. Oh, komm. Brauch dich. Kann doch nicht sein. Ja, jetzt haben wir den. Welker, wie viel kommt da jetzt gerade? Kann doch nicht sein. Komm. So, den haben wir. So, nice. Jetzt den da noch. Ja. Nice. Da kommen auch nochmal zwei. Und die beiden kleinen Inseln haben wir verpasst. Ich würde sagen, hier lasse ich erstmal noch opten. Dann werden wir immer wieder an die Spitze hier kommen. Das kommt schon. Was soll denn das? So, jetzt haben wir den. Und den da noch. Komm schon. Brauch dich. Ja. Nice. Aber ich würde sagen, den Rest bauen wir in der nächsten Folge auch. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020